Ich will heute darüber sprechen, was man macht, wenn alles drunter und drüber geht und man sich fragt, wo steckt eigentlich Gott bei all dem? Wo sind all die Dinge, von denen Pastor Prince spricht? Vielleicht hast du gerade schlechte Nachrichten vom Arzt bekommen oder es kracht in der Familie und du fragst dich, wo ist der Segen, von dem in der Bibel die Rede ist? Wo ist der Durchbruch, für den ich gebetet habe? Hör zu, auch wenn alles gegen dich zu laufen scheint, Gott ist im Hintergrund am Werk. Manchmal stellt er alles auf die Beine und dann kommt die Wende genau im richtigen Moment. Schau, Gott hat die Israeliten ja nicht gerettet, bevor sie am Roten Meer standen. Erst als sie da waren, in einer scheinbar ausweglosen Lage, die Feinde im Nacken, hat Gott das Meer für sie geteilt. Wir Menschen nehmen vieles als selbstverständlich hin. Viele von euch wissen vielleicht gar nicht, dass sie gestern vor einem Unfall bewahrt wurden. Vielleicht hat er dir eine Krankheit geschickt, die von einem Engel gestoppt wurde. Aber oft loben und danken wir Gott nicht für die Dinge, die uns gar nicht bewusst sind. Ich bin fest davon überzeugt, dass es göttlichen Schutz gibt. Aber wie oft rufen wir wirklich den Herrn um Schutz an oder bedanken uns bei ihm für den Schutz und die Unterstützung, die er uns gibt? Meist sind wir nur dankbar für das, was wir mit eigenen Augen sehen. In der Geschichte, die wir heute drannehmen wollen, wirst du sehen, wie Gott hinter den Kulissen wirkt. Und zwar wollen wir uns mal die Geschichte von Esther angucken. Seid ihr bereit? Die Geschichte spielt im Jahr 483 vor Christus. Der König, den Esther heiratet, ist Xerxes. Ich will euch noch was über den historischen Hintergrund erzählen. Xerxes, auch bekannt als Ahasphoros im Hebräischen. Er ist der persische König, der bekanntermaßen gegen die Griechen gekämpft hat. Viele von euch kennen bestimmt die Geschichte von Xerxes Feldzug gegen die Griechen. Im Hebräischen ist er als Ahasphoros bekannt. Außerdem ist er derjenige, der einen großen Schönheitswettbewerb veranstaltet hat. Esther war schön, aber es gab viele schöne Frauen. Was den Unterschied macht, ist Gunst. Und genau diese Gunst wirst du heute von Gott bekommen. Immer wenn du Gottes Wort hörst, passiert etwas. Und das sage ich besonders den Jüngeren unter uns. Als ich noch jung war, beziehungsweise als ich noch jünger war, habe ich etwas Wichtiges gelernt. Ein junger Mann, der durch seine Prüfungen rasselte, wurde von einem seiner Leiter dazu herausgefordert, das ganze Buch der Sprüche auswendig zu lernen. Und das tat er. Und was ist passiert? Aus seinen schlechten Noten wurden lauter Einsen. Also was vermittelt uns die Bibel? Geometrie, Wissenschaft, Geografie, Geschichte? Nein, sie berührt diese Themen vielleicht. Aber im Kern erzählt sie Geschichten. Sie spricht von Gott und seiner Macht. Und das hat direkten Einfluss auf unser Leben. Egal, was du beruflich machst, ob du studierst, Kinder betreust, Lehrer, Anwalt oder Arzt bist. Wenn du dich mit dem Wort Gottes beschäftigst, dann öffnest du die Tür zum Erfolg in deinem Leben. Es gibt etwas Wunderbares daran, Zeit mit der Bibel zu verbringen. Das bringt Segen auf deinen Weg. Schon Joshua wurde es immer wieder gesagt, als er in die großen Fußstapfen von Mose treten musste. Denk über mein Wort nach, dann wird es dir in allem gut gehen. Zalach nennt man das im Hebräischen. Du wirst nicht nur Erfolg haben, sondern guten Erfolg. Es gibt auch Erfolge, die einen hohen Preis haben, die dich von deiner Familie oder anderen wichtigen Dingen im Leben abbringen. Aber der gute Erfolg, von dem in Psalm 1 die Rede ist, bringt in allem, was du tust, Segen. Wenn du dich mit Gottes Wort befasst, dann zapfst du diesen Segen an. Ich meine jetzt nicht nur finanziellen Segen. Klar, wenn es dir in allen Lebensbereichen gut geht, dann wird auch Wohlstand nicht ausbleiben. Aber es geht nicht nur um das Finanzielle. Wer Gottes Worte verinnerlicht, dem wird es dauerhaft gut gehen. Das Blatt verwelkt nicht, es bleibt grün. Das steht symbolisch für deine Gesundheit und die Erneuerung deiner Jugend. Die Bibel sagt, wie deine Tage, so sei deine Kraft. Die Welt erzählt uns, je älter man wird, desto mehr baut man ab. Aber das passiert nur, wenn du das glaubst und nicht regelmäßig Zeit mit Gottes Wort verbringst. Wenn du deine Orientierung an der Bibel verlierst. Wenn du dich nur noch von den Nachrichten oder der Meinung von Experten leiten lässt, die ihre Erkenntnisse nur aus ihren fünf Sinnen und ihrem Studium beziehen. Aber bei dir ist es anders, wenn du Zeit in Gottes Wort investierst. Denn die Bibel sagt, deine Kraft wird mit der Anzahl deiner Tage wachsen. Wenn du 20 Jahre alt bist, hast du noch viele Jahre vor dir. Gott sagt, je mehr Tage du hast, desto mehr Kraft wirst du haben. Mit 40 also doppelt so viel. Das ist das komplette Gegenteil von dem, was die Welt uns weismachen will. Selbst unter Christen ist ein Mensch wie Kaleb selten. Unter den zwölf Stämmen und Leitern der Israeliten war er der Einzige, der fest daran glaubte, dass er mit 85 Jahren immer noch genauso stark war wie an dem Tag, als Mose ihn Jahrzehnte zuvor ausgesandt hatte. Gottes Wort kann deine Denkweise verändern und neu ausrichten, damit du nicht so schnell die Vorstellungen der Welt übernimmst. In Sachen Versorgung sagt die Welt oft, es gibt nichts, und das bringt mich zum Buch Esther. Dort taucht der Name Gottes nirgendwo auf, nicht einmal. Das Wort Gott oder der Herr wirst du dort vergeblich suchen. Es ist das einzige Buch in der Bibel, in dem der Name Gottes fehlt. Und dennoch merkt man, dass er im Hintergrund wirkt. Das Buch Esther steckt nicht unbedingt voller Wunder im herkömmlichen Sinne. Vielmehr passieren die entscheidenden Wendepunkte im Buch auf eine Art und Weise, die man als übernatürlich im Gewand des Alltäglichen bezeichnen könnte. Das Buch Esther ist also weniger ein Buch der Wunder als vielmehr ein Buch der Vorsehung. Gott zeigt sich selbst als ein Gott der Vorsehung. Der englische Begriff für Vorsehung, Providence, leitet sich vom Lateinischen Providera ab, das heißt Vorhersehen. Pro bedeutet vor, und Videre bedeutet sehen, wie bei Video. Video heißt, ich sehe. Gott sieht also deine Not, bevor sie überhaupt auftritt, und er versorgt dich. Auch das Wort für Versorgung, Provision, bedeutet eigentlich Vorhersehen. Gott kennt also unsere Bedürfnisse, bevor wir sie überhaupt bemerken, und sorgt dafür. Du musst also keine Angst haben, dass dich das Leben unvorbereitet trifft. Wir sind hier, um die Bibel zu studieren. Und ein weiterer wichtiger Punkt, berührst du die Bibel, berührst du Gesundheit. In Sprüche 4, Vers 22 steht, Gottes Worte sind das Leben denen, die sie finden, und heilsam ihrem ganzen Leib. Selbst wenn du nicht alles verstehst, allein das Lesen eines Bibelabschnitts hat eine reinigende, belebende, ja sogar verjüngende Wirkung. Schau dir die Menschen an, die die Bibel studieren, ihre Gesichter leuchten. Ihre Augen strahlen. Sie sehen jünger und fitter aus. Aber wenn du die Bibel beiseite lässt, wird dein Leben schnell eintönig, und du verlierst den übernatürlichen Glanz. Zurück zum Buch Esther. Das Erste, was wir daraus lernen, ist, dass der Name Gottes nicht vorkommt. Aber in einigen Akrostichen wird der Name sehr wohl erwähnt. Ihr wisst, was ein Akrostichon ist, oder? Nehmen wir das Wort Grace, Gnade. G-R-A-C-E, Grace. Jeder Buchstabe kann für etwas stehen, beispielsweise G für Gottes, R für Reichtum, A für Aus, C für Christi, E für Erlösung. Gottes Reichtum aus Christi Erlösung. Das ist Grace, ein Akrostichon. Und jetzt haltet euch fest. Im Buch Esther gibt es vier versteckte Akrostichen, in denen der Name Jahwe vorkommt. Auf Hebräisch geschrieben sind das die Buchstaben Yud, He, Wav, He. Jemand hier sagt Y, das ist im Englischen einfacher. Aber wir sagen es auf Hebräisch. Yud, He, Wav, He. Schaut her. Ihr wisst ja, im Hebräischen liest man von rechts nach links, genau wie im Chinesischen, okay? Von rechts nach links. Und habe ich schon gesagt, dass das Wort Gottes nicht nur Leben für die ist, die es finden, sondern auch heilsam ihrem ganzen Leib? So steht's in Sprüche 4, Vers 22. Es bringt Gesundheit für deinen ganzen Körper. Nimmst du Medikamente, lösen die vielleicht ein Problem, aber sie sind nicht für deinen gesamten Körper gut. Oft gibt's Nebenwirkungen. Du musst dann vielleicht öfter aufs Klo oder so. Gottes Wort ist die einzige Medizin, die wirklich für den gesamten Körper heilsam ist. Jedes Mal, wenn du dich mit Gottes Wort beschäftigst, wird es deinem gesamten Körper guttun. Also erwarte, wenn du heute hier rausgehst, dass du gesünder, stärker und insgesamt erfolgreicher bist. Ich rede jetzt nicht nur von Geld, ich meine wirklich Wohlergehen in jeder Hinsicht. Berührst du Gottes Wort, so berührst du den Schlüssel zum Erfolg, selbst wenn du es nicht ganz verstehst. Kennst du die Geschichte vom Bauern und seinem Sohn? Der Sohn sagt, ich kapiere die Bibel nicht, warum sollte ich sie dann lesen? Der Vater antwortet, hol mir mal Wasser aus dem Fluss für die Pflanzen hier. Der Sohn will einen Eimer nehmen, aber der Vater reicht ihm einen Korb. Nimm den. Der Sohn ist skeptisch, das wird das Wasser doch gar nicht halten. Der Vater sagt nur, mach einfach. Der Sohn tut, wie ihm geheißen, aber natürlich hält der Korb das Wasser nicht. Habe ich doch gesagt, meint der Sohn. Nochmal, sagt der Vater. Und so geht das ein paar Mal. Schließlich sagt der Sohn, ich raff's nicht. Was willst du damit sagen? Das Ding hält einfach kein Wasser. Der Vater zeigt auf den Korb und sagt, schau mal, wie sauber der jetzt ist. Selbst wenn du Gottes Wort nicht begreifst und das Gefühl hast, es bleibt nichts hängen. Sieh mal, wie es deinen Geist reinigt. Ja, und es erneuert auch deine Jugend. Also sagt alle mal Yud. Im Hebräischen lesen wir ja von rechts nach links. Merkt euch also diese Buchstaben. Es ist wirklich einfach. Yud ist der kleinste Buchstabe im hebräischen Alphabet. Yud, hey, wav, hey. Ich habe noch gar nicht zu Ende gesprochen. Diese Gemeinde hier ist der Hammer. Ich liebe es hier. Bei vielen Leuten muss man ganz von vorn anfangen, aber ihr seid schon voll dabei und macht es mir leicht. Also, der Name wird Yahweh ausgesprochen. Wir haben den Namen eben gerade in einem Lied besungen. Yud, hey, wav, hey. Und wie gesagt, im Buch Esther taucht der Name Yahweh in Form von Akrostischen gleich viermal auf. Einmal sogar als ich bin. Als eh je. Ich bin, der ich bin. Lasst mich kurz klären, wie Akrostischen in der Bibel vorkommen. In Psalm 96, Vers 11 steht zum Beispiel, Es freue sich der Himmel und die Erde frohlocke. Willst du auch, dass in deinem Umfeld, in deiner Familie Freude herrscht? Zuerst muss der Himmel sich freuen. Dann wird es der Erde gut gehen. Das ist Gottes Reihenfolge. Wenn man sich den hebräischen Originaltext anschaut und denkt daran, es wird von rechts nach links gelesen, dann steht da, Ohne den Herrn kann deine Welt nicht froh sein. Ohne Yahweh könnte sich nicht einmal der Himmel freuen. Das ist ein Akrostichon. In deiner Bibelausgabe mag der Name Gottes im Buch Esther nicht explizit erwähnt werden. Aber im Hebräischen ist er als Akrostichon da. Und immer, wenn dieser Name auftaucht, immer ist das ein Wendepunkt in der Geschichte. Warum erzähle ich das? Weil in deinem Leben genau dasselbe passiert. Gott wirkt im Hintergrund, auch wenn dir nicht gefällt, was du siehst. In Esthers Geschichte gibt es beispielsweise diesen verrückten, bösen Typen namens Haman. Manche der scheinbar verrücktesten Menschen sind auf eine hinterhältige, üble Art und Weise ziemlich clever. Man denke nur mal an Hitler. Er wusste, wie man die Leute in den Bann zieht. Also Haman war nicht verrückt im Sinne von Leuten, die komplett den Verstand verloren haben. Und dann gibt es Mordechai, der ein Abbild von Christus ist. Und natürlich Esther, die Heldin der Story. Ihr hebräischer Name ist Hadassah, was Myrte bedeutet. Da sie aber in Persien lebten, nannten sie sie Esther, was Stern bedeutet. Sie ist der strahlende Stern dieser Geschichte. Auch wenn der eigentliche Star natürlich Gott ist. Aber warum enthüllt Gott hier seinen Namen nicht? Zur Zeit dieser Geschichte war das Volk Israel nicht da, wo Gott es eigentlich haben wollte. Es befand sich in der Gefangenschaft, im Exil. Die Israeliten gerieten in Gefangenschaft, weil sie andere Götter anbeteten. Nicht den Gott, der sie aus Ägypten befreite, das Rote Meer teilte und ihnen ein Land gab, wo Milch und Honig fließen. Sie haben gegen Gott rebelliert. Und was macht Gott? Er schickt ihnen einen Propheten nach dem anderen. Manche bringen sie sogar um. Am Ende sagt Gott, jetzt reicht's. Ich gebe euch noch eine allerletzte Chance zur Umkehr. Aber sie kehrten nicht um und landeten in der Gefangenschaft. Dann kam die Ära der Heiden. Von Nebukadnezars goldenem Haupt bis zu den Füßen aus Ton und Eisen. Bei Gelegenheit spreche ich mal ausführlicher über diese Vision, die Daniel für Nebukadnezar deutete. Wir leben immer noch in dieser Heidenzeit. Jetzt gerade im Fußbereich, um es mal so auszudrücken. Israel sollte eigentlich die Vorreiter-Nation sein. Und das wird auch passieren, wenn Jesus zurückkommt. Er wird von Jerusalem aus regieren und dann geht die Prophezeiung in Erfüllung. Aber wegen ihrer Sünden ist diese Rolle Israels ausgesetzt worden. Und die Zeiten der Heiden begannen mit Nebukadnezar. Und wo sind wir heute? Wir sind immer noch mitten in dieser Heidenzeit. Auch in Europa. Sogar Israel wird eine Zeit lang unter dem Einfluss eines wiedererstandenen römischen Reiches stehen, das sich über den gesamten Nahen Osten erstreckt. Von da wird der Antichrist kommen. Wo genau er herkommt, kann ich nicht sagen. Aber er ist Teil des Gebietes des alten römischen Reiches. Er wird angeblich Frieden bringen und Antworten auf alle Fragen dieser Welt haben. Aber sein wahres Ziel ist die Vernichtung der Juden und der Christen. Wir werden nicht mehr da sein, denn wir werden entrückt. Das wissen wir aus der Bibel. Jesus hatte den Juden schon prophezeit, was im Jahr 70 nach Christus passieren würde. Er riet, wenn ihr merkt, dass Armeen Jerusalem einkreisen. Damit meinte er die römische Armee wegen des Volksaufstands. Aber die Römer ließen die Leute noch raus, weil eine Stadt umso schneller fällt, je weniger Leute drin sind. Weniger Widerstand, versteht ihr? Also, wenn ihr seht, dass die Armee die Stadt umstellt, dann haut ab und flüchtet in die Berge. Und, genau so ist es passiert. Die Christen, die klug genug waren, Jesu Warnung ernst zu nehmen, haben sich aus dem Staub gemacht. Kein einziger Gläubiger ist gestorben. Das ist Prophezeiung pur. Wer vorher Bescheid weiß, ist klar im Vorteil. Okay, jetzt geht's los. Direkt rein in die Bibel, in die Story von Esther. Esther war eine Weise. Ihre Eltern starben, und sie wurde von Mordechai großgezogen. Mordechai ist ein alter Hase und hat sich um sie gekümmert. Und jetzt, im ersten Kapitel, kommt was für alle Inder unter uns. In Kapitel 1, Vers 1 steht, Und es geschah in den Tagen des Ahasveros, desselben Ahasveros, der von Indien bis Äthiopien über 127 Provinzen regierte, Alle Inder hier, ein herzliches Amen, oder? Indien steht also auch in der Bibel. Und wusstet ihr schon, dass sogar China dort erwähnt wird? Einfach mal nach Sinim suchen. S-I-N-I-M. Die Endung Im ist einfach der Plural, also Sin, beziehungsweise Chin, China. Also, und es geschah in den Tagen des Ahasveros, in jenen Tagen, als der König Ahasveros in der Königsburg Susan auf seinem königlichen Thron saß, im dritten Jahr seiner Regierung, Da veranstaltete er für alle seine Fürsten und Knechte ein Festmahl, wobei die Gewaltigen von Persien und Medien, die Edlen und Obersten seiner Provinzen vor ihm waren, als er den Reichtum der Herrlichkeit seines Königreichs und die kostbare Pracht seiner Majestät viele Tage zur Schau stellte, nämlich 180 Tage lang. Übrigens, nach König Nebukadnezar kam die medopersische Ära. Das ist diese Silberbrust aus Nebukadnezars Traum, den Daniel ihm gedeutet hat. Die hatten damals richtig was zu melden. Von Nordafrika bis Indien. Ein Riesenstück Land. Und das zu einer Zeit, als noch nicht mal alles entdeckt war. Das Perserreich war damals die vorherrschende Macht. Der König lud also alles, was Rang und Namen hatte, nach Susa ein. Heutzutage kann man das sogar auf YouTube nachschauen. Und haltet euch fest, der Palast aus der Story ist tatsächlich ausgegraben worden. Gut, von den Gebäuden sieht man nichts mehr, aber das Fundament ist noch da. In Kapitel 1 ist sogar die Rede von einem schwarz-weißen Marmorboden. Ich habe diesen Boden mit eigenen Augen gesehen. Ein Freund von mir, der in den 90ern als Missionar dort war, hat Fotos gemacht, wie er auf diesem Marmorboden steht. Überreste des Palastes befinden sich also immer noch dort, im alten Susa. Wenn man danach sucht, aber bitte nicht jetzt, dann findet man das, das antike Susa. Dort spielte sich diese Geschichte ab. Und die Bibel sagt uns, während dieser 180 Tage wurde die ganze Zeit gefeiert. Könnt ihr euch das vorstellen? Sie aßen und tranken Wein aus goldenen Bechern. Goldene Becher. Also, nach 180 Tagen legt der König noch einen nach und schmeißt eine Extra-Party im Palastgarten, die nochmal sieben Tage geht. Am letzten Tag denkt er sich, jetzt zeige ich allen mal meine wunderschöne Königin. Holt sie her und sie soll ihre Krone tragen, sagt er. Aber was macht die Dame? Sie sagt einfach nein. Sie gibt ihrem Ehemann einen Korb. Und genau da wird's richtig interessant, denn Gott hat die Weichen schon lange vorhergestellt. Sie sagt also nein, und der König kann's kaum fassen, und fragt seine Berater, habt ihr das eben auch gehört? Sie sagen, hör mal, wenn wir das jetzt nicht in den Griff kriegen, dann nimmt im ganzen Persischen Reich keine Frau ihren Mann mehr ernst. Also wird kurzerhand beschlossen, ein neues Gesetz zu erlassen, dass Vasti nicht mehr vor dem König Ahasveros erscheinen darf, und dass der König ihre königliche Würde einer anderen gibt, die besser ist als sie. Wir wissen ja alle, wer das sein wird. Esther. Gott hatte also schon die Strippen im Hintergrund gezogen. Und dann kommt der Erlass des Königs raus, und darin steht klipp und klar, alle Frauen sollen ihre Männer in Ehren halten, vornehme wie geringe. Und das gefiel dem König. Das ist einer der großen Wendepunkte dieser Geschichte. Jetzt schauen wir uns die Formulierung, so werden alle Frauen ihre Ehemänner in Ehren halten, mal auf Hebräisch an. Das kommt von Nathan, was geben heißt. Seht ihr da das J-H-W-H, nur eben rückwärts? J-H-W-H-E. Rückwärts. Auf uns wirkt es nicht rückwärts, weil wir es von links nach rechts lesen. Aber im Hebräischen liest man ja von rechts nach links, also ist es umgekehrt. Und warum ist das so? Von diesen Akrostischen gibt's zwei vorwärts und zwei rückwärts. Vorwärts heißt, Gott regiert direkt. Rückwärts heißt, er lenkt alles von oben. Und genau das tut er hier. Er setzt Wasti ab, macht Platz für Esther, die später in der Position sein wird, ihrem Volk zu helfen. Bevor du also überhaupt ein Problem hast, bevor der Teufel irgendeinen fiesen Plan gegen dich schmiedet, hat Gott schon längst vorgesorgt. Gott hat alles im Blick. Amen. Okay, jetzt sind wir also an einem echten Wendepunkt angelangt. Die Königin ist abgesetzt, und das wird sie sicher noch bereuen. Der König ist jetzt auf Frauensuche. Und alle Frauen der gesamten Provinz werden nach Susa zum Palast beordert. Lesen wir, was dann geschieht. Und als die Reihe an Esther kam, die Tochter Abichaels, des Onkels Mordechais, die er als Tochter angenommen hatte, dass sie zum König kommen sollte, wünschte sie sich nichts, als was Hegai, der Kämmerer des Königs, der Hüter der Frauen, ihr riet. Und Esther fand Gnade bei allen, die sie sahen. An einer früheren Stelle im Buch steht, sie sei sehr schön gewesen. Trotzdem betont die Bibel, dass sie Gnade fand. Und jetzt passt mal auf. Das gilt besonders für Menschen wie Pastor Lawrence. Du könntest dazu geneigt sein, auf dein gutes Aussehen, statt auf die Gnade Gottes zu vertrauen, um Türen zu öffnen. Esther war zwar schön, aber sie war nicht die Einzige. Was wirklich den Unterschied macht, ist die Gnade Gottes. Gott schenkt Gnade. Vielleicht bist du neu im Geschäft. Vielleicht gibt es viele andere in der Branche, die das Geschäft schon vom Vater und vom Großvater geerbt haben, und du bist neu. Aber weißt du was? Entscheidend ist die Gnade. Wenn man dich mag, dann mag man dich. Punkt. Ich will noch was loswerden. Am liebsten würde ich den ganzen Abschnitt vorlesen, aber aus Zeitgründen fasse ich ihn nur kurz zusammen. Und zwar mussten die Frauen, die zum Palast gebracht wurden, vor ihrem Treffen mit dem König in Parfum baden. Sechs Monate lang. Und danach noch in einem anderen Duft. Also das Ganze war wirklich ein ziemlich großer Aufwand. Total luxuriös. Und weiter heißt es, Esther wurde zum König Ahasveros in sein königliches Haus geholt, im zehnten Monat, das ist der Monat Tibet, im siebten Jahr seiner Regierung. Und der König gewann Esther lieber als alle anderen Frauen. Und sie fand Gnade und Gunst vor ihm, mehr als alle Jungfrauen. Und er setzte die königliche Krone auf ihr Haupt und machte sie zur Königin an Vastis Stelle. Also widerstehen Gnade und Gunst im Mittelpunkt. Das war auch das Thema meiner ersten Konferenz für die Hilsong-Kirche. Gnade und Gunst. Wenn du dich darauf verlässt, kommst du weit. Türen werden sich öffnen. Verlass dich nicht auf deinen eigenen klugen Kopf. Gerade wir Singapurer müssen aufpassen. Wir neigen dazu, uns auf unsere Intelligenz zu verlassen und auf unsere Erfahrung. Aber das ist nicht alles, Leute. Seid dankbar für eure Bildung, eure Erfahrung, euren Background, für jede Hilfe, die ihr bekommen habt. Aber vertraut im tiefsten Inneren, ganz und gar auf den Herrn, auf seine Gnade und Gunst. Also nochmal, die Bibel betont wiederholt, dass Esther Gnade und Gunst gefunden hat. Weiter geht's. Und der König veranstaltete für alle seine Fürsten und Knechte ein großes Festmahl, das Festmahl der Esther. Und er gewährte in den Provinzen eine Steuererleichterung. Jetzt wird die Story richtig spannend. Im nächsten Kapitel tritt Haman auf den Plan, dieser richtig üble Typ. Ich hab's ja schon angedeutet. Er ist quasi der Vorgeschmack auf den künftigen Antichristen. Haman ist ein Amalekiter und die können Israel nicht ausstehen. Als die Israeliten damals aus Ägypten ausgezogen sind, haben die Amalekiter Kinder, Alte und Kranke getötet. Leute, die zurückgeblieben sind. Die Schwachen. Und Gott hat Israel klargemacht, duldet diese Amalekiter nicht. Und was sind heute die Amalekiter in deinem Leben? Dein eigenes Fleisch. Was du nicht aus dem Weg räumst, räumt dich aus dem Weg. Saul hätte die Amalekiter töten sollen und hat's vermasselt. Und wer hat ihn am Ende erledigt? Ein Amalekiter. Das ist ein Lebensprinzip, Leute. Heute töten wir natürlich niemanden, okay? Liebt euren Nächsten, auch eure Feinde. Dieses Prinzip der Amalekiter steht für das Fleisch, für den eigenen Kampf, die eigene Anstrengung. Amal heißt im Hebräischen harte Arbeit, Schufterei, das Fleisch. Und es ist genau das, pure Anstrengung, die dir nur Stress und Krankheit bringt und deinen Seelenfrieden raubt. Ich muss, ich muss, ich muss. Es liegt an mir, es liegt an mir. Was muss ich tun? Was muss ich tun? Hör auf damit. Das sind deine persönlichen Amalekiter. Töte sie, bevor sie dich töten. Das ist ein biblisches Prinzip. Jetzt aber zu Haman. Der Typ ist also ein Amalekiter. Und keiner weiß, wie der es geschafft hat, in Persien so aufzusteigen. Aber er wird zur rechten Hand des Königs und ist plötzlich ein ganz großer. Der König mag ihn so sehr, dass er ihn zu seiner rechten Hand macht, obwohl er gar kein Perser ist. Eines Tages läuft ihm am Königstor Mordechai über den Weg, der ja auf Esther aufgepasst hat. Erinnert ihr euch? Mordechai sitzt da, also muss er schon eine gewisse Bedeutung haben. Auch er muss eine offizielle Position inne gehabt haben, sonst hätte man ihn da gar nicht sitzen lassen. Und was will Haman? Dass Mordechai sich vor ihm verneigt. Aber das ist im Persischen keine simple Höflichkeit. Das ist pure Anbetung. Und davor sollt ihr euch hüten. Kein Mensch sollte vor einem anderen Menschen niederfallen, klar? Ich rede jetzt nicht von diesen Höflichkeitsverbeugungen, wie man sie in Korea kennt, okay? Das ist was ganz anderes. Haman wollte verehrt werden. Als er kapiert, dass Mordechai Jude ist, dreht er völlig durch. Er hasst Juden abgrundtief. Also, auf zum nächsten Kapitel. Als nun Haman sah, dass Mordechai die Knie nicht vor ihm beugte und nicht vor ihm niederfiel, da wurde er mit Wut erfüllt. Doch es war ihm zu wenig, an Mordechai allein Hand zu legen, sondern weil man ihm das Volk Mordechais genannt hatte, trachtete Haman danach, alle Juden im ganzen Königreich des Aspharos, das Volk Mordechais zu vertilgen. Er hat es auf alle Juden abgesehen. Vielleicht sieht in deinem Leben gerade alles nach einem Flop aus. Leute, die eigentlich nicht befördert werden sollten, steigen auf der Karriereleiter hoch. Und du verlierst deinen Job. Wirst gefeuert. Glaub trotzdem daran, dass Gott im Hintergrund an einem besseren Plan für dich arbeitet. Er sortiert alles neu, macht dich bereit für das, was da kommt. Gott zieht im Verborgenen die Fäden. Und du hast seine Gunst. Je stärker du das glaubst, desto mehr Ehre wird Gott erhalten, wenn es dann wirklich eintrifft. Darum ist Glaube so wichtig. Glaube zeigt Gott, dass du ihm die Ehre gibst, weil du auf seine Gunst vertraust. Wenn dann alles gut wird, weißt du, wem du zu danken hast. Orientierst du dich hingegen los an dem Sichtbaren, gibst du Gott nicht die Ehre, selbst wenn er etwas für dich tut. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Aber zurück zur Story. Im ersten Monat, das ist der Monat Nisan, im zwölften Jahr der Regierung des Königs Ahasforos, wurde das Pur, das ist das Los, vor Haman geworfen. Das ist so eine Art antiker Würfel, den man dreht. Das Wort Purim leitet sich davon ab. Bis heute feiern die Juden Purim als Erinnerung an den Sieg über Haman und die Rettung durch Esther. Purim, das ist die Mehrzahl von Pur, diesem speziellen Würfel oder Los. Und was macht Haman? Er sagt, lasst uns das perfekte Datum finden, um alle Juden zu töten und dann schlage ich das dem König vor. Sie werfen das Pur und es fällt auf den 13. Tag. Vielleicht kommt daher der Aberglaube, dass die 13 eine Unglückszahl ist, aber für Gottes Volk wird aus einem vermeintlich schlechten Tag ein Tag zum Feiern, ein Triumph. Wartet's ab. Nachdem also der Tag festgelegt worden war, geschah Folgendes. Da berief man die Schreiber des Königs am 13. Tag des ersten Monats und es wurde ein Schreiben erlassen. Alles wurde mit dem königlichen Siegelring besiegelt. Vers 13. Und die Briefe wurden durch die Eilboten in alle Provinzen des Königs gesandt, dass man alle Juden vertilgen, erschlagen und umbringen solle, junge und alte, Kinder und Frauen, an einem Tag. Nämlich am 13. des 12. Monats, das ist der Monat Adar, und dass man zugleich ihren Besitz rauben dürfe. Das habe ich vergessen zu erwähnen. Haman geht zum König und sagt, hör mal, König, ich muss dir was ans Herz legen. In deinem Reich gibt's eine Truppe, ich weiß nicht, wie ich's dir sagen soll, die tanzt aus der Reihe. Du weißt, ich hab nur das Beste für dich im Sinn, oder? Aber diese Leute, die kümmern sich nicht die Bohne um deine Gesetze und machen einfach ihr eigenes Ding. Wenn das so weitergeht, bringen die dein ganzes Königreich ins Wanken. Unterm Strich sind sie nur ein Ärgernis für dich. Darauf der König echt jetzt? Wer soll das sein? Das sind die Juden. Hör zu. Wie wär's, wenn ich und meine Mannen uns der Sache annehmen und die mal gründlich ausrotten? Und er legt den Tag dafür gleich fest. Der König setzt seinen Siegelring ein, der damals so etwas wie seine persönliche Unterschrift war. Nun muss man wissen, bei den Persern ist es so, dass ein Gesetz, das einmal erlassen wurde, in Stein gemeißelt ist. Da gibt's kein Zurück mehr. Nicht mal der König selbst kann das ändern. Also das Todesurteil für Frauen, Kinder, einfach für alle Juden im ganzen Reich, wird besiegelt. Aber währenddessen, in Jerusalem, ist schon ein ganz anderes Dekret am Start. Das kam von Kyros, einem der Vorgänger von Ahasveros, wenn auch nicht der unmittelbare. Der hatte den Juden grünes Licht gegeben, zurück nach Jerusalem zu gehen. Packt eure Sachen, ihr könnt heim, hat er gesagt. Und sie sogar dazu ermutigt. Warum? Weil sein Name schon lange vor seiner Geburt von dem Propheten Jesaja prophezeit wurde. Kyros war der persische König, der den Weg für die Juden freigemacht hat. Darunter waren auch Ezra und Nehemiah. Während das Drama mit Esther lief, waren Ezra und Nehemiah schon in Jerusalem. Versteht ihr? Als also der Befehl kam, alle Juden im Reich zu vernichten, waren auch Ezra und Nehemiah und alle Rückkehrer betroffen. Jetzt könnte man sich fragen, warum sind Mordechai und Esther nicht auch zurückgekehrt? Darauf gibt die Geschichte keine Antwort. Vielleicht hatte Gott sie instruiert zu bleiben. Also, falls ihr den zeitlichen Zusammenhang nicht auf dem Schirm hattet, das ganze zurückgekehrte Volk wäre ebenfalls dran gewesen. Aber Gott hatte die Weichen längst gestellt und jemanden im Palast in Stellung gebracht. Ist es nicht unglaublich, wie Gott Mose direkt im Palast des Pharaos auf das große Abenteuer seines Lebens vorbereitet hat? Manchmal sind es die kleinen Dinge, die die größte Wirkung haben. Wer hätte gedacht, dass just dieses kleine schreiende Baby die Geschichte einer ganzen Nation prägen würde? Die Tochter des Pharaos findet beim Baden einen Korb, öffnet ihn und das Weinen des Babys rührt ihr Herz. Hätte sie es ignoriert, wäre alles anders gekommen. Ja, oft sind es die unscheinbaren Dinge, die Gott gebraucht. Pastor Mark und ich zum Beispiel, wir neigen manchmal dazu, nur die großen Ereignisse zu sehen und die kleinen zu übersehen. Aber genau diese Kleinigkeiten kann Gott gebrauchen, um Gunst zu schenken. Ein weinendes Baby, den Wutanfall einer Frau wie im Fall von Königin Vasti. Gott kann all das nutzen. Selbst der Zorn des Menschen dient letztlich nur dazu, Gott zu preisen. Das steht sogar in den Psalmen. Denn der Zorn des Menschen muss dich preisen. Mit dem Rest der Zornesflammen gürtest du dich. Versteht ihr das? Selbst wenn jemand auf Gott oder seine Kinder wütend ist, kann Gott diese Wut nutzen, um letztlich seiner Ehre zu dienen. Gott nimmt den Zorn und gürtet sich damit. Halleluja. Zurück zu Esther. Also, der Tag der Entscheidung ist gekommen. Seid ihr noch dabei? Was passiert nun? Im nächsten Kapitel erfahren wir, dass Mordechai von dem tödlichen Erlass erfährt. Er ist zutiefst erschüttert und kleidet sich in Sack und Asche. Er kann Esther im Palast nicht direkt erreichen. Also schickt er ihr eine Nachricht. Wenn du jetzt schweigst, so wird von einer anderen Seite her Befreiung und Rettung für die Juden kommen. Du aber und das Haus deines Vaters werden untergehen. Und wer weiß, ob du nicht gerade wegen einer Zeit wie dieser zum Königtum gekommen bist. Wenn Gott uns für eine besondere Aufgabe auserwählt, sollten wir das als Ehre betrachten. Denn selbst wenn wir den Auftrag nicht annehmen, wird Gott schon einen Weg finden. Er ist ja nicht auf uns angewiesen. Wenn Gott dir eine Aufgabe gibt, dann will er dir damit eigentlich einen Gefallen tun. Denk an Petrus und sein Boot am See Genezareth. Es gab dort viele Boote, aber Jesus hat sich genau seins ausgesucht. Er wollte das Boot gebrauchen, um besser zu den Menschen sprechen zu können. Das war für Petrus ein echter Glücksfall. Wasser trägt die Stimme besonders gut, sodass alle am Ufer Jesus hören konnten. Man könnte jetzt denken, Petrus hätte diese Zeit lieber zum Fischen nutzen können. Aber wenn du meinst, Zeit mit Gott sei verschwendet, dann lass dir gesagt sein, Zeit, die man darauf verwendet, auf den Herrn zu warten, ist nie vergeudet. Die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Sogar Jünglinge straucheln und fallen, aber die auf den Herrn harren, werden auffahren mit Flügeln wie Adler. Wie erreicht man das, zu laufen, ohne matt zu werden? Auf den Herrn zu harren. Das ist das Geheimnis. Darin liegt die Kraft. Also lass Gott es regeln. Nach seiner Predigt sagte Jesus zu Petrus, los, gehen wir fischen. Petrus war nicht gleich Feuer und Flamme, ließ sich aber darauf ein. Und das Resultat? Ein Netz voller Fische, so voll, dass es fast platzte. Gott weiß, wie er entlohnt. Stell dir vor, Jesus wäre in ein anderes Boot gestiegen, dann wäre dieser jemand über Nacht reich geworden. Wenn Gott dir also eine Aufgabe gibt, positioniert er dich gleichzeitig für einen Segen. Das ist eine echte Ehre. Denn wenn du kneifst, kommt dir Hilfe eben von woanders. Wer weiß, vielleicht bist du genau für solche Momente in deinem Leben da. Da ließ Esther dem Mordechai antworten. Ich bin überzeugt, es gibt Leute, die einfach da sitzen und nichts tun, weil sie irgendwas nicht loslassen wollen, die dann zusehen müssen, wie andere die Segnungen und die Berufung abkassieren, die sie eigentlich hätten haben können. Aber sie haben Nein zu Gott gesagt, der andere hat Ja gesagt und schwupps geht der Jackpot an jemand anderen. Es gibt Dinge, die Gott als extra drauflegt. Manche Geschenke bekommt man einfach so, durch Glauben und Gnade. Aber wenn du die Gnade, die er dir schenkt, nicht nutzt, bringt sie dir nichts. Nutzt du sie aber, legt er noch was drauf. Das nennt man dann Belohnung. Okay, weiter geht's. Jetzt kommen wir zum entscheidenden Punkt, zum eigentlichen Knackpunkt der Geschichte. Die Lage ist mehr als brenzlig. Esther macht sich bereit, zum König zu gehen. Und sie weiß um das persische Gesetz, wer unaufgefordert vor den König tritt, muss sterben. Es sei denn, der König streckt sein Zepter aus. Also sagt Esther, betet für mich. Wenn es mich mein Leben kostet, dann ist das eben so. Und dann ist der große Tag da. Und es geschah am dritten Tag, da legte Esther ihre königliche Kleidung an und trat in den inneren Hof am Haus des Königs. Und dann passiert's. Als nun der König die Königin Esther im Hof stehen sah, fand sie, was? Gnade vor seinen Augen. Und der König streckte das goldene Zepter, das in seiner Hand war, Esther entgegen. Da trat Esther herzu und rührte die Spitze des Zepters an. Da sprach der König zu ihr, was hast du, Königin Esther, und was begehrst du? Es soll dir gewährt werden, und wäre es auch die Hälfte des Königreichs. Vers 4. Esther sprach, wenn es dem König gefällt, so komme der König heute mit Haman zu dem Mahl, das ich ihm zubereitet habe. Mädels, das nennt man perfektes Timing. Sie hat nicht einfach gesagt, rettet mein Volk. Man muss die Dinge manchmal geschickt anpacken, nicht wahr? Zuerst den Mann durch den Magen erobern. Und dann ein bisschen Spannung aufbauen. Einfach genial, wie sie das angestellt hat. Also lädt sie den König und Haman ein. Dieser Vers ist ein Akrostichon. Schaut mal. Diesmal in der richtigen Reihenfolge, weil es direkt zur Sache geht. Das hat alles mit dem Festmahl zu tun, von dem wir gleich noch mehr hören werden. Und Haman, oh, der schwebt auf Wolke 7, kommt nach Hause und prahlt vor Familie und Freunden. Und beim Festmahl fragt der König Esther, was bittest du? Es soll dir gegeben werden. Nächster Vers. Da antwortete Esther und sprach, meine Bitte und mein Begehren ist, sie hält die Spannung aufrecht. Der König bietet ihr die halbe Welt an. Aber sie antwortet, ich möchte einfach, dass ihr morgen nochmal zum Festmahl kommt. Und das war der Wendepunkt. Alles änderte sich. Haman war an diesem Tag überglücklich, doch als er Mordechai am Königstor sieht, wie er ihm wieder keine Ehre erweist, kocht er innerlich vor Wut. Er beherrscht sich aber und geht nach Hause, holt seine Freunde und seine Frau Serest dazu. Und dann? Dann erzählt er ihnen, wie toll er doch ist, von seinem Reichtum, seinen Kindern und wie der König ihn befördert hat, weit über alle anderen Beamten und Diener. Hochmut kommt vor dem Fall. Das steht fest. Der Typ hat echt ein Problem mit seinem Ego, oder? Er sagte, und die Königin Esther hat niemand mit dem König zu dem Mahl kommen lassen, das sie zubereitet hat, als mich. Und ich bin auch morgen mit dem König zu ihr geladen. Aber das alles befriedigt mich nicht, solange ich Mordechai, den Juden, im Tor des Königs sitzen sehe. Da schlägt seine Frau vor, bau doch einfach einen riesigen Galgen, 50 Ellen, 23 Meter hoch. Total verrückt. Er lässt den Galgen im Garten hinter seinem Haus bauen, weil er es genießen will, Mordechai hängen zu sehen. Dieser Plan gefällt Haman gut. Vers 13. Das alles befriedigt mich nicht, ist ein weiteres Akrostichon, aber diesmal in umgekehrter Reihenfolge. Schaut, aber das alles befriedigt mich nicht, wenn man es rückwärts liest. Haman ist wütend auf Mordechai. Und was macht Gott? Er lässt den menschlichen Zorn zu seinem eigenen Lobpreis dienen. Hätte Haman einfach vergeben und sein Verhalten geändert, wäre das vielleicht anders gelaufen. Aber so sorgt Gott dafür, dass am Ende sogar der Zorn der Menschen ihn ehrt. Du kannst also einfach abwarten. Auch im eigenen Leben mag es manchmal so aussehen, als hätte der Teufel die Oberhand. Aber keine Sorge, warte einfach ab. Die Gesundheit, die du zurückbekommst, wird sogar noch besser sein. Der Wohlstand wird größer, das Leben wird besser. David hat es treffend gesagt, es war gut für mich, dass ich leiden musste, damit du mich an einen besseren Ort führen konntest. Wir bleiben nicht im Tal hängen, Leute. Gott führt uns durch das Tal. Er lässt uns nicht darin stecken. Und es steht nirgends geschrieben, umgeh das Tal und kassier mal eben 200 Euro. Nein, er führt uns hindurch. Zurück zu Esther. Also das nächste Kapitel muss ich euch vorlesen. Mein absolutes Lieblingskapitel. Wir nähern uns dem Ende. Ich habe euch ja vorhin schon gesagt, Gott benutzt oft die einfachsten Dinge, oder? Er gibt dem Obdachlosen und dem König Schlaf. Wir nehmen den Schlaf oft für selbstverständlich. Aber Gott kann ihn auch wegnehmen. Und wenn du mal eine schlaflose Nacht hast, dann frag Gott einfach, was möchtest du mir sagen? Schnapp dir deine Bibel, egal was los ist. Diese Zeit mit dem Herrn ist kostbar. Wenn du die Bibel in die Hand nimmst, dann greifst du gleichzeitig nach Versorgung, Gesundheit und Weisheit. In derselben Nacht also. Sagt, in derselben Nacht. In derselben Nacht, als bei Haman zu Hause der Bau eines 23 Meter hohen Galgens für Mordechai geplant wurde, genau in dieser Nacht konnte der König nicht schlafen. Der König kann nicht schlafen. Er ließ das Buch der Denkwürdigkeiten, die Chronik herbringen. Daraus wurde dem König vorgelesen. Von all den Dingen, die er hätte tun können, lässt er sich aus dem verstaubten Buch der königlichen Chroniken vorlesen. Die ganzen langweiligen Datensammlungen. Aber hinter diesem Impuls stand Gott. vielleicht wollte der König sich ja absichtlich zu Tode langweilen, um einschlafen zu können, wer weiß. Jedenfalls erfährt der König durch dieses Vorlesen, dass Mordechai ihm mal einen großen Dienst erwiesen hat. Mordechai hatte von einem Mordkomplott gegen den König erfahren und es gemeldet. So konnte der Anschlag verhindert werden. Doch bis zu dieser schlaflosen Nacht hatte der König davon nichts gewusst und Mordechai war dafür nie belohnt worden. Der König fragt, was für eine Ehre oder Belohnung hat Mordechai für diese gute Tat erhalten? Jetzt wird ihm klar, wer Mordechai ist. Übrigens, der ist mit deiner Frau verwandt. Seine Diener unterrichten den König, es ist bis jetzt nichts für Mordechai getan worden. Und ratet mal, wer genau in diesem Moment frühmorgens auftaucht, um den Galgen für Mordechai vorzuschlagen. Haman. Der König fragt, wer ist da draußen im Hof? Dann sagt er, ah, der Haman, dem kann ich vertrauen, der ist ja schließlich meine rechte Hand. Lasst ihn rein, ich will seine Meinung hören. Also, Haman kommt rein und der König fragt ihn, was sollen wir für einen Mann tun, den ich gerne ehren möchte? Haman denkt natürlich, wer könnte hier wohl gemeint sein, wenn nicht ich selbst? Man stelle sich diesen Moment vor. Das ist das Problem, wenn man von sich selbst so überzeugt ist. Man denkt, alles dreht sich nur um einen selbst. Dann antwortet Haman dem König, für den Mann, den du ehren willst, hol ein königliches Gewand und ein Pferd, auf dem du selbst geritten bist, also deinen Porsche oder deinen Lamborghini, und einer deiner vornehmsten Fürsten, soll das Gewand und das Pferd nehmen und den Mann damit durch die Stadt führen. Dabei soll ausgerufen werden, so macht man es mit dem Mann, den der König gern ehren möchte. Darauf sagt der König zu Haman, eile, nimm das Gewand und das Pferd, wie du gesagt hast, und mache es so mit Mordechai, dem Juden, der vor dem Tor des Königs sitzt. Er erwähnt sogar extra, dass er ein Jude ist. Lass nichts aus, was du vorgeschlagen hast. Hört gut zu, wenn Gott die Dinge auf den Kopf stellt, dann aber richtig. Dein Tag wird kommen. Vielleicht steckst du gerade in einer Krise, hast keinen Job oder jemand hat mit dir Schluss gemacht. Tut mir leid, ich weiß, das ist kein Grund zum Lachen. Aber im Ernst jetzt, der Typ oder die Frau, die dich verlassen hat, hat dir vielleicht sogar einen Gefallen getan, weil er oder sie dich nur runtergezogen hat. Einige Frauen hier bekunden ihre Zustimmung. Der Herr soll dir den Richtigen schicken im Namen Jesu. Der Typ, der dich runtergezogen hat, denkt, er hat dich verlassen. Aber Gott hat dich freigesetzt für die großen Pläne, die Gott für dich hat. Und alle sagen, Amen. Und jetzt passt auf. Da nahm Haman das Gewand und das Pferd und bekleidete Mordechai und führte ihn auf die Straßen der Stadt. Er muss das für Mordechai verkünden, was er selbst vorgeschlagen hatte. Und rief vor ihm her, so macht man es mit dem Mann, den der König gern ehren möchte. Darauf kehrte Mordechai zum Tor des Königs zurück. Haman aber eilte niedergeschlagen und mit verhülltem Haupt nach Hause. Und was sagt seine Frau dazu? Wenn Mordechai, vor dem du zu fallen begonnen hast, vom Samen der Juden ist, so kannst du nichts gegen ihn ausrichten, sondern du wirst gänzlich vor ihm fallen. Was für ein toller Ratschlag, oder? Sie war doch diejenige, die den Galgen empfohlen hatte. Während sie aber noch mit ihm redeten, kamen die Kämmerer des Königs und führten Haman rasch zu dem Mahl, das Esther zubereitet hatte. Jetzt kommt der Knaller. Ab zum Festmahl. Der König und Haman setzten sich zu Königin Esther. Am zweiten Tag, mitten beim Weintrinken, will der König wissen, was bittest du, Königin Esther? Und Esther legt los. Sie sagt, habe ich Gnade vor dir gefunden, O König, und gefällt es dem König, so schenke mir das Leben um meiner Bitte willen und mein Volk um meines Begehrens willen. Denn wir sind verkauft, ich und mein Volk, um vertilgt, erschlagen und umgebracht zu werden. Wenn wir nur zu Knechten und Mägden verkauft würden, so wollte ich schweigen, obwohl der Feind nicht imstande wäre, den Schaden des Königs zu ersetzen. Jetzt erst kapiert König Ahasveros, dass Esther Jüdin ist. Ich habe euch den Anfang der Geschichte ja nicht vorgelesen. Es steht aber alles drin, okay? Ich will euch nur neugierig machen. Die meisten von euch kennen die Story ja schon. Mordechai hatte Esther geraten, ihre Identität erst dann preiszugeben, wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Und jetzt dämmert es dem König. Mist, ich habe ein Dekret gegen sie erlassen. Esther sagt, jemand will mein ganzes Volk umbringen. Der König fragt entsetzt, wer ist es, der sich vorgenommen hat, so etwas zu tun? Und wo ist er? Und der einzige andere Gast ist Haman. Er hört das und bekommt die Panik, weil ihm auf einen Schlag klar wird, Esther ist eine Jüdin. Und Esther sprach, der Widersacher und Feind ist dieser böse Haman. Da erschrak Haman vor dem König und der Königin. Der König aber stand in seinem Grimm auf vom Weintrinken und ging in den Garten des Palastes. Haman aber blieb zurück und bat die Königin Esther um sein Leben, denn er sah, dass sein Verderben beim König beschlossen war. Er bettelt um sein Leben, denn ihm geht auf, dass seine Tage gezählt sind. Im Hebräischen, wo es hier heißt, dass sein Verderben beim König beschlossen war, haben wir wieder die Anfangsbuchstaben mit dem Jut, hey, wav, hey. Das ganze Elend kommt zu ihm zurück. Wer hat das veranstaltet? Gott. Das hätte er sich nie träumen lassen. So, und jetzt der Clou. Haman landet auf Esthers Sofa. Er springt hoch, um zu ihr zu gelangen. Just in diesem Moment kommt der König zurück und sieht, wie Haman da halb über Esther drüber liegt. Der König platzt raus. Was soll das? Belästigt er jetzt auch noch die Königin? Kaum hat er das gesagt, wird Haman das Gesicht verdeckt. Damit war klar, für ihn wird es nie wieder Tag. Ende der Durchsage. Im nächsten Vers tritt Harbona, einer der Eunuchen des Königs, auf den Plan. Er sagt, schau mal, da ist der Galgen, den Haman für Mordechai errichtet hat, 50 Ellen hoch und direkt bei Hamans Haus. Der König hängt ihn daran. Gesagt, getan, mitten in seinem eigenen Garten. Seine Frau, seine ganze Sippe und seine Angeberfreunde, alle können zusehen, wie er da hängt. So hängte man Haman an den Holzstamm, den er für Mordechai zubereitet hatte. Da legte sich der Zorn des Königs. Leute, ich könnte euch Geschichten erzählen. Was der Teufel vorhatte, hat Gott umgedreht und ihm mit seinem eigenen Plan den Kopf abgeschlagen, wie mit Goliaths Schwert. Wenn du heute dies hörst und etwas gegen einen Gläubigen im Schilde führst und an die Gläubigen nicht zu früh freuen, die Bibel sagt nämlich, betet für die, die euch schlecht behandeln. Warum? Weil sie eure Gebete wirklich nötig haben. Das, was man austeilt, kann auf einen selbst zurückkommen. Deshalb brauchen solche Menschen Gebet. Viele verstehen das gar nicht. Ihr seid Gottes Lieblinge. Wer euch antastet, der tastet meinen Augapfel an, sagt der Herr. Jetzt aber zum Abschluss, Kapitel 8. Ach ja, halt. Da war ja noch dieses Akrostichon in Kapitel 7. Als der König fragte, wer will so etwas tun und wo ist er? Ist das wieder ein Akrostichon? Er gibt aber diesmal nicht, Jaweh. Kennt ihr die Geschichte, wie Gott Mose im brennenden Dornbusch begegnete? Mose fragte, Gott, was soll ich den Israeliten antworten, wenn sie mich nach deinem Namen fragen? Wer hat mich gesandt? Gott antwortete, ich bin, der ich bin. Auf Hebräisch? Ehje heißt, ich bin. Denkt nur daran, wie oft Jesus sagte, ich bin der gute Hirte, ich bin die Tür, ich bin der Weg, ich bin das Leben. Als man ihn im Garten Gethsemane festnehmen wollte, trat er hervor und sagte auf die Frage, wen sie suchten, ich bin. Ehje. Ehje. Say Ehje. I am. Bei diesen Worten fielen sie alle zu Boden. Es wird so geschrieben. Eh, Alef, Eh, Yud, Eh. Versuch dir das zu merken. Alef, Hey, Yud, Hey. Das bedeutet, ich bin. Doch wer ist er? Wo ist er? Es ist ein Akrostichon, das Ehje ergibt. Das Wort wer wird im Hebräischen hu ausgesprochen. Ganz ähnlich wie das englische Wort für wer. Hu. Heißt, wer ist er? Oder wo ist er? Alef, Hey, Ehje, Vav, No, Yud, Hey, Sorry, Ehje. Yes, Ehje. I am. Ich bin. Die eindeutige göttliche Unterschrift. Das Buch Esther enthält fünf solcher Akrosticher, die Zahl, die für Gnade steht. Kapitel 8 erzählt dann von einer rauschenden Feier. Der König zieht seinen Siegelring, den er Haman abgenommen hatte, vom Finger und gibt ihn Mordechai. Und Esther? Die setzt Mordechai als neuen Chef von Hamans Haus ein. Vers 3. Sie tritt wieder vor den König, fällt ihm zu Füßen und bittet ihn unter Tränen, das Unheil zu verhindern, das Haman gegen die Juden geplant hat. Echt knifflig, oder? Wenn der König einmal sein Siegel unter ein Gesetz gesetzt hat, kann es nicht mehr rückgängig gemacht werden. Der 13. Tag rückt immer näher und näher. Dann sagt der König zu Mordechai, Hier hast du quasi einen leeren Tonblock. Schreib drauf, was du willst. Ich setze mein Siegel darunter. Mordechai schreibt also, Jeder Jude darf sich verteidigen. Und wer euch angreift, den dürft ihr töten. In Vers 8 erklärt der König, so schreibt nun im Namen des Königs Betreffs der Juden, so wie ihr es für gut haltet, und versiegelt es mit dem Siegelring des Königs. Denn eine Schrift, die im Namen des Königs geschrieben und mit dem Siegelring des Königs versiegelt worden ist, kann nicht widerrufen werden. Und was passiert dann? Mordechai tritt im königlichen Ornat von Blau und Weiß auf. Die Farben der israelischen Flagge heute, stimmt's? Er trägt eine goldene Krone und feines Leinen. Die ganze Stadt Susa ist außer sich vor Freude. Die Juden sind überglücklich und fühlen sich geehrt. Wo immer das königliche Dekret bekannt gemacht wird, da feiern die Juden. Da war Freude und Frohlocken unter den Juden, Gastmahl und Festtag, sodass viele von der Bevölkerung des Landes Juden wurden, denn die Furcht vor den Juden war auf sie gefallen. Auf einmal gibt es jede Menge Juden. Wie heißt du? Abraham. Und wie heißt du? Zuckerberg. Wie heißt du? Mark Myers. Wie heißt du? Lawrence Labrinskis. Wie heißt du? Chiram Goldberg. Und du? Gabriel Eisberg. Die Juden sind so angesehen, dass keiner es wagt, sie anzutasten. Mordechai steigt zum engsten Berater des Königs auf. Statt dass das jüdische Volk getötet wird, werden nun einige der Feinde der Juden getötet. Und dieser dreizehnte Tag und auch noch der vierzehnte, diese beiden Tage werden zum Purim-Fest, benannt nach dem geworfenen Los. In einem Buch, in dem Gott nicht einmal erwähnt wird, hat er alles zum Guten gewendet. Jetzt fragst du dich vielleicht, warum Gottes Name hier nicht explizit erwähnt wird, weil das eine Lo-Ami-Zeit war. Eine Zeit, in der das Volk Israel nicht mein Volk war. Gott hatte das schon lange vorher angekündigt. Wenn ihr im Land der Nichtjuden seid, werde ich mein Gesicht vor euch verbergen. Das steht in 5. Mose Kapitel 31. Springen wir aus Zeitgründen zu Vers 18. Gott sagt, ich aber werde zu jener Zeit mein Angesicht gänzlich verbergen, weil sie sich von ihm abgewandt haben. Nun schaut her. Hosea, der Prophet, hat einen Sohn, den er auf Gottes Anweisung hin, Lo-Ami, also Nicht-Mein-Volk, nennt. Sie waren also nicht mehr im engeren Sinne Gottes Volk. In der Zeit, als Israel in Gefangenschaft war, spricht man auch von der Lo-Ami-Phase, der Du-Bist-Nicht-Mein-Volk-Phase. Aber selbst da konnte Gott sozusagen seine Hände nicht von ihnen lassen. Klar, öffentlich konnte er sie wegen ihres Ungehorsams nicht anerkennen, aber hinter den Kulissen hat er alle Hebel in Bewegung gesetzt, um sie zu schützen, zu bewahren und zu segnen. Heute sind wir nicht mehr in so einer Lo-Ami-Situation. Es gibt sogar eine Prophezeiung dazu in Hosea 1, Verse 8 und 9. Dort steht, Haben wir auch den ersten Vers des nächsten Kapitels auf dem Bildschirm? Nein, haben wir nicht. Also lese ich Hosea 2, Vers 1 mal aus meiner Bibel, und zwar aus dem Römerbrief, Kapitel 9. Da zitiert Paulus genau diesen Vers. Seid ihr alle gespannt? Das ist ein guter Abschluss für diese Predigt. Also, Römer 9, Vers 25 sagt, beziehungsweise fangen wir lieber mit Vers 24 an. Als solche hat er auch uns berufen, nicht allein aus den Juden, sondern auch aus den Heiden. Dazu gehören auch wir, Chinesen, Inder, Chinder sind auch Heiden. Wie er auch durch Hosea spricht, ich will das mein Volk nennen, was nicht mein Volk war, und die Geliebte, die nicht Geliebte war. Und es soll geschehen, an dem Ort, wo zu ihnen gesagt wurde, ihr seid nicht mein Volk, da sollen sie Söhne des lebendigen Gottes genannt werden. Jesus kam und hat alles erfüllt. Heute, selbst wenn wir Fehler machen oder stolpern, wendet sich Gott nicht von uns ab. Im Alten Testament waren die Menschen unter dem Gesetz. Aber heute, mit Jesus als unserem hohen Priester, sagt Gott, wo ich einst sagte, ihr seid nicht mein Volk, nennt er uns nun Söhne des lebendigen Gottes. Amen. Jahre nach der Geschichte von Esther ließ Gott die Israeliten zurück in ihr Land, um zu sehen, wie sie mit dem kommenden Messias umgehen würden. Leider haben sie ihn ans Kreuz geschlagen. Daher gab es, nach dem Jahr 70 nach Christus, eine weitere Zerstreuung, die bis heute anhält. Aber das wird sich ändern, wenn Jesus zurückkommt und Israel wieder in seine Arme schließt. Dann werden sie sagen, Baruch haba beschem Adonai, gesegnet sei, der da kommt im Namen des Herrn. Und jetzt noch was Interessantes. Als Jesus am Kreuz hing, war den Pharisäern die Inschrift ein Dorn im Auge. Sie sagten zu Pilatus, ändere den Titel. Die Pharisäer wollten die Inschrift unbedingt geändert haben. Warum? Sie lautete auf Latein, Griechisch und Hebräisch, Jesus von Nazareth, König der Juden. Das können wir hier auf diesem Bild sehen. In drei Sprachen geschrieben, Latein, Griechisch und Hebräisch. Seht ihr das Akrostich schon hier? Jeshua fängt mit einem Jud an. Dann kommt ein He, in Ha-Yehudim, nein, Ha-Nazri. Jeshua Ha-Nazri, Ve-Melek Ha-Yehudim. Danach kommt das Wav, Ve-Melek, und zum Schluss Ha-Yehudim, He. Zusammengefasst, Jeshua fängt mit einem Jud an, Ha-Nazri von Nazareth, mit einem He, Ve-Melek, der König, mit einem Wav, und He-Yehudim, der Juden, wieder mit einem He. Als er am Kreuz hing, erkannten die Pharisäer und das israelitische Volk in der Beschriftung Ja-We. Pontius Pilatus hatte das Kreuz zwar nur mit Jeshua Ha-Nazri, Ve-Melek Ha-Yehudim beschriftet, also mit Jesus von Nazareth, König der Juden. Das war lediglich seine offizielle Bezeichnung. Aber die Pharisäer und das Volk sahen mehr. Sie sahen dort am Kreuz Jud-Heh-Wav-Heh, den Namen Gottes. Deswegen schrien die Pharisäer, ändert das, ändert das. Aber Pilatus sagte, was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben. Der Name Gottes stand da oben und niemand konnte das ändern. Yahweh ist zu uns gekommen, hat unter uns gelebt und ist als unser Erlöser gestorben. Aber er ist auch wieder auferstanden, um unser hoher Priester und Hirte zu sein. Psalm 22 fängt ja so an. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und wo steht er heute? In Psalm 23 heißt es, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und Psalm 24 spricht von seiner Rückkehr. Wer ist der König der Ehre? Er kommt wieder, Leute. Macht die Tore auf. Ist das nicht fantastisch? All die Ehre, all der Ruhm und all die Anerkennung gebühren Jesus. Jetzt neigt bitte alle den Kopf und schließt die Augen. Falls du dein Vertrauen noch nie in Jesus gesetzt hast, möchte ich jetzt mit dir beten, damit du dieselbe Gunst und Gnade erleben kannst, die Esther und dem jüdischen Volk widerfahren sind. Gott sagt ja, ich bin, der ich bin. Das ist mein Name. Was du auch brauchst, betrachte es als Blankoscheck. Ich bin. Füll selbst ein, was du brauchst. Was soll er für dich sein? Mein Arzt sagt, ich bin krank. Ich bin dein Arzt, dein Heiler, dein Mediziner. Ich bin ständig müde. Ich bin deine Energie, deine Kraft. Ich habe Angst, früh zu sterben, so wie mein Vater und Großvater. Ich bin deine Lebenszeit, deine Zukunft. Du verstehst das nicht, Pastor. Mein Geschäft geht den Bach runter. Alles läuft schief. Ich bin dein Finanzberater, dein Versorger. Ich bin der, der für dich da ist, der ich bin. Er steht dir gegenüber voller Kraft und unerschöpflicher Möglichkeiten und sagt, nimm mich als deinen, füll selbst ein, was du brauchst. also wo immer du gerade im Leben stehst, wenn du Vergebung der Sünden möchtest, sprich mir jetzt das folgende Gebet nach. himmlischer Vater, ich glaube, dass Christus für meine Sünden gestorben ist und du ihn auferweckt hast, als all meine Sünden getilgt wurden und ich in ihm für gerecht erklärt wurde. Jesus Christus ist mein Herr und Erlöser, jetzt und für immer. Amen. Jetzt wollen wir alle gemeinsam aufstehen. Ich will euch noch einen Segen mit auf den Weg geben. Danke, Herr. Der Herr segne dich so, wie er Esther gesegnet hat, mit Gunst und Gnade. Mögest du Gnade finden in den Augen derjenigen, die für dich wichtig sind. Und wenn jemand nicht gut für dich ist, dann soll Gott diese Tür schließen und andere öffnen, Türen der Möglichkeiten, der Freundschaften und der sinnvollen Beziehungen. Der Herr schenke dir Gunst bei denen, auf die es wirklich ankommt. Der Herr sorge dafür, dass du immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort bist. Immer. Und er möge dafür sorgen, dass jede Waffe, die gegen dich gerichtet wird, selbst jene, von denen du nichts ahnst, und jede verletzende Äußerung, die jetzt oder in der Zukunft gegen dich ausgesprochen wird, sowie jeder finstere Plan, der gegen dich geschmiedet wird, ins Leere laufen. Der Herr möge alles, was du anfasst, gedeihen lassen. Dein Lebensbaum soll immer grün sein. Und der Herr segne dich mit Weisheit und Erkenntnis. Und wenn du die Bibel öffnest, möge sie lebendig werden und direkt zu dir sprechen. So kannst du das Leben in seiner Fülle, Weisheit, Schutz, Gesundheit und Heilung für deinen Körper erleben. Der Herr schenke dir Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Und in allem, was du tust, soll nur einer die Ehre bekommen. Und alle sagen, Amen, Gott segne euch.